Hallo ihr Mimelo Leute! Ihr habt euch ja sehr stark dafür interessiert, wie es bei uns an der BA abläuft. Und deswegen habe ich jetzt ein kleines Filmchen für euch vorbereitet, wo ihr mal sehen könnt, wie es bei uns aussieht, was für Leute da rumlaufen und dass wir immer noch die Nummer 1 für euch sein sollten. Viel Spaß! Erzähl mal! Was? Erzähl mal! Ich warte auf den Dozenten und wir sind Muckler! Das ist unsere Schulklasse, erster Schultag und das ist unser Klassestimmer. Hast du deine Schultüte? Ja! Habe ich noch nicht gesehen. Guck mal was in meiner Schultüte war. Boah! Warte, ich habe auch ein ähnliches. Oh, das ist ja auch ein Notebook. Das ist ja cool. Das ist ja ganz neu. Ja? Was hat der denn gekostet? Ich weiß ja nicht, weil er ein Geschenk ist. Weil er in der Schultüte ist. In der Schultüte. Okay. Was hast du sonst noch dran? Ein Haustier. Ja, das ist ja süß. Wie heißt das denn? Kuschel. 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 Ist es auch ein Muckler? Ne. Es ist ein Mäher. Ein Mäher. Ja, ein Mäher. Okay, gut. Das dürfte für das Erste genießen. Die Tradition setzt sich fort. Auch hier geht man zu Subway. Mitstudentin. Das ist die Lisa. Die kann schon gut öhen. Die Peppi öh mal. In die Kamera. In die Emedo-Kamera. Öh. 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 Ja, fein. Äh. Ja, supergut. Ja, und wir, wir gehen jetzt. Leute, hör mal, das glaubst du nicht. Wir gehen jetzt Buchkauf. Und, äh, wir warten aber noch auf den. Martin. Martin. Ich hab mir vorgestellt. Ich hab mir vorgestellt. Martin Meier. Auf den Martin Meier, der holt sein Fahrrad. Wir sind gespannt. So, Kaffee trinken. Bei Martin. Und Tee trinken. Und wie war's? Ich will ein einstimmiges Ö hören. Alle mal in die Mitte. Komm mal in die Mitte. Und dann will ich ein einstimmiges Ö hören. Ich glaub anstelle von Scheißen. Ich glaub anstelle von Scheißen. Ich glaub anstelle von Scheißen. Aber das ist irgendwie, ich glaube, die ist verschmutzt. Brauchst jetzt eigentlich nicht mehr draufdrücken, aber ist okay. Und ich hab's gemacht. Ja, der filmt sogar noch. Filmt immer noch? Ja, ich film mich aber selber. Hallo. Schau mal, ich hab's nicht echt. Ich hab's nicht überblasen. Tschüss, Ludin. Tschüss, tschüss. Komm schon abend auf? Ich weiß nicht. Wir haben ja deine Nummer nicht. Wir haben deine Nummer nicht. Bestimmst du? Du hast gerade Öl gemacht. Weißt du, wie Öl auch geht? Und dann war die Speicherkarte voll. Hm. Ja, auf jeden Fall war's sehr geil. Und morgen hab ich erst mal frei. Und am Mittwoch geht's dann nachmittags los. Hm. Wir können gespannt sein. Adios.